jetzt sitze ich im flexbus und warte auf die fahrt nach berlin zum flughafen jetzt geht's los rückreise ich bin froh wenn ich wieder in Arnie bin heute nacht hier teilweise bodenfrost regnet windig kalt schrecklich und dunkel der flexbus ist losgefahren die reise beginnt augenmann was bin ich froh weil ich jetzt auch wieder alles hinter mir habe cool kaffee berlin kann man sehen von wo ich abfangen muss mal schauen so ruhig und leer habe ich es hier noch gar nicht gesehen sonst ist hier viel mehr betrieb und viel mehr los das ist der hier Bahnsteig C hat ich bald gesagt hier also heute ist das hier richtig unheimlich denn so leer im wartebereich wie jetzt im armlich hier das habe ich noch gar nicht erlebt da drüben die letzten hier zum flug nach london gehen raus das hier einsteigendes flugzeug hoffe ich immer noch keine stunde mehr aber das ist ja öfter mal so denkst du jetzt kommt und da kommt die meldung verspätung jetzt bin ich im bus von 724 und es klappert wie sau hier sind alle nass wir sitzen wie die heringe aber ist egal wenn man dabei für rück und hinfahrt 100 euro spart nimmt man das in kauf alles klar jetzt machen wir kurz raus hier an der tankstelle und dann geht es weiter jetzt sind die beine vertreten wir hatten abstecher in ziti gemacht naja jetzt machen wir noch einen abstecher in abfaller ach ich sage es mal Vielen Dank.